Musik Geschätzte Damen und Herren, liebe Freunde, die Trachtenkapelle Mörczak feiert ihr 85-jähriges Bestandsjubiläum. Ich begleitete die erste burgenländische Trachtenkapelle Donnerskirchen auf ein Stelldichein nach Kärnten. Ich wünsche Ihnen mit diesem Video viel Vergnügen und hoffe, dass Sie einige Eindrücke aus dem wunderschönen Kärnten mit nach Donnerskirchen nehmen können. Musik 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.